Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von Profischnack.de. Hier im Online-Outlet für Markensofas, ich zeige Ihnen heute ein neues Modell von Willi Schillig. Und zwar das Modell 153,60 in der Kombi Großes Anbausofa und Longchair in einem tollen Leder. Nämlich das ist Z73, 54, Z73 Longlife. Hat einen super guten Griff und sieht toll aus mit der einheitlichen Prägung. Und ist einfach auch sehr, sehr pflegeleicht. Finde ich gut, hier mit Kontrastnähten, das Ganze betont also die Linie. Auch nicht schlecht, straff gepolstert, mit Federkern im Sitz, klassisch Schillig, nix weich. Etwas tiefer, aber nicht so tief, dass man nicht sitzen kann, man kann hier gut sitzen. Mittelfest, Rücken ist ein bisschen weicher. Okay, ich sinke etwas ein, also ich sinke etwas nach hinten und dadurch ist der Rücken etwas schräger gestellt. Und man kann natürlich dann auch noch weiterrutschen und sich dann hier in die Limmelposition begeben. Platz haben Sie genug, um auch so zu liegen, um auf dem Longchair zu liegen. Natürlich bestens Ledergut, klassische Form, geht nie aus der Mode. Ein paar Dekokissen drauf und fertig ist die Laube. 153,60 Euro von Willi Schillig, Test bestanden, Garnitur, gut für Leute, die was klassisch-kubisches suchen, ohne viel Schnickschnack in einem pflegeleichten Leder. Advertising, wir haben dieses Musterstück bekommen. Die erste Garnitur, die gezeigt wurde, in diesem Mäder top gefertigt, für zum Schleppchenpreis von 1.950 Euro plus Versand. Profischnack.de, Ihr Online-Outlet für Markenzufa sagt Danke. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, schauen Sie öfters bei uns rein unter profischnack.de slash Neuheiten. Finden Sie immer das Neueste und bleiben Sie uns gewogen. Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von profischnack.de. Vielen Dank.